Hallo, herzlich Willkommen heute vom Marsch der Verbundenheit hier aus Schwaben. Wir sind in Wertingen gestartet und werden heute ungefähr 15 oder 20 Kilometer marschieren. Wir denken an die Kameraden, die im Einsatz stehen. Wir denken an die, die für Deutschland gefallen oder verunglückt sind. Und wir haben hier ganz große Motivation, ganz große Begeisterung auch in den Gemeinden und ich bin froh, dass ich heute dabei sein darf. Viele, die hier mitmachen, unterschreiben dann auf diesem Band der Verbundenheit. Diese Bänder gehen mit in den Einsatz, dorthin, wo die Soldaten für uns im Einsatz stehen. Und ich grüße an dieser Stelle alle Soldaten im Einsatz. Haltet die Ohren steif, alles Gute, Glück ab und kommt vor allem wieder heil nach Hause. Servus. Haltet die Ohren Automatisch mit Denkenippen rumhiert und erfolgt also den ab. Und Heitodo skratIO! Anbatsch die Berge hier den ganzen instagram und